Ich bin startklar. Eine Runde Frühsport. Eins, zwei, drei. Mann, bin ich fit! Ja, überteuerter Kaffee. Macht 37 Dollar. Super! Hier ist alles super. Doch ich steh auf diesem Sound. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Ja, nein, ey, warte! Wo bin ich? Komm mit mir, wenn du nicht sterben willst. Was soll das? Du bist der Besondere. Und die Prophezeiung sagt, dass du die wichtigste Person im ganzen Universum bist. Das bist du doch, oder? Äh, ja. Das bin ich. Entspannt euch, Leute. Ich bin hier. Batman? Super! Haben Sie einen Termin? Ich habe einen Termin mit einem Toröffner. Ja, du Sonde. Beim ersten Versuch. Liebe Meisterbauer. Hallo! Lord Business plant das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Es gibt jedoch Hoffnung. Der Besondere ist bei uns. Ich weiß, was ihr denkt. Keiner ist als Anführer weniger geeignet. Und ihr habt recht. Du bist sowas von enttäuschend auf allen Gebieten. Ich bin nicht der Besondere. Ich bin ein ganz einfacher, normaler Typ. Du hast die Fähigkeiten, der Besondere zu sein. Ich glaube an dich. Roboter, vernichtet ihn! Aloha, ihr Loser! Hier sehe ich schwarz. Das war ein schlechtes Wortspiel. Hängt ihn in den Schmelzraum. Gehört zum Bad Cop nicht immer auf den Kutkopf? Hallo, Freund. Magst du vielleicht ein Glas Wasser? Ja, das werde ich. Dein Pech! Wir übernehmen dein Denken. Was? Ich bezweifle, dass er jene eigene Idee hatte. Das ist nicht wahr. Darf ich vorstellen? Das Doppeldecker-Sofa! Darauf können wir alle zusammen Fernsehen und Freunde werden. Sowas Bescheuertes habe ich echt noch nie gehört. Ich übernehme das. Diese Idee ist einfach grauenhaft. Schnell ins Schleidmobil! Mist. In den unsichtbaren Jet! Mist! Eine their Mentale-Sofa! Ich bin Unless! Vielen Dank.